Jo, da sind wir wieder. Also wir haben uns jetzt dazu entschlossen, die Viecher jetzt doch schon da drinnen einziehen zu lassen. Ich ziehe mal jetzt ganz vorsichtig von diesen ekligen Viechern, also ich mag die auch nicht. Anfassen, diesen Fropfen hier hinten raus. Eine Operation. Wehe, die springen mich jetzt an und beißen. Oh, da kommen sie schon, siehste. Guck mal, da. Eigentlich ist größer, hast du das gesehen? Das könnte, äh, das ist doch garantiert nicht die Königin. Guck mal da. Krabbelst du da hoch? Oder sind die tot hier? Scheinbar sind die tot. Ja, nee, die zappelt noch. Krabbelst du da hoch? Vielen Dank. Vielen Dank.